Heute geht es um den Trenchcoat aus meiner Key Piece Collection von Shigo. Und das hier ist der perfekte Plus Size Trenchcoat. Warum? Der Tailliengürtel sitzt etwas erhöht, denn auch unsere Taille hier sitzt ja etwas höher und danach ist er leicht ausgestellt. Das Material ist wunderbar weich und schmeichelt unsere Kurven, wir könnten ihn ja praktisch als Kleid tragen. Aber wie man ihn sonst noch stylen kann, zeige ich euch jetzt. Bis zum nächsten Mal.